Bereust du, dass du die Matchbox von Tommi und Berlina verkauft hast? Nein, ich bereue es nicht. Es war halt eine Entscheidung, die war irgendwo irgendwie egoistisch. Ich habe mein Wort nicht gehalten, das war halt doof von mir. Aber wiederum hat sich ja jetzt bewiesen, dass ich irgendwo irgendwie alles richtig gemacht habe. Ich hätte die Matchbox auf gar keinen Fall zurückgekauft. Wo genau hast du das bewiesen? Indem die beiden kein Perfect Match sind. War ja kein Verlust für die Gruppe letztendlich. Ja doch, wir mussten es ja heute wieder zurückkaufen für viel Geld. Ihr habt jetzt weniger Geld als vorher. Ja, richtig. Ja, aber. Ja, da gibt es kein aber. Ja, nee. Kann man so und so sehen. Langer, wenn 50.000 weg sind, kannst du das sehen, wie du willst. Die sind weg, ne? Melina, wie siehst du das? Du, ich höre das von dir nicht, aber mittlerweile ist halt so, ne? Lockt euch mal ein.